Biological Protesting Center Wir bauen deinen Arm ab und bauen dir einen maschinellen Arm dran oder was? Weil das sieht ja aus, wenn da so eine Narbe und da so eine Markierung dran wär Wissen In case of emergency proceed to hospitering of medical deck The BPC is for stabilized injuries only Okay Warum helfen sie mir noch? Hilfe! Er macht hier das Baby! Wie süß! Und das ist viel, den ich noch irgendwo rumlaufen kann Was genau habt ihr hier eigentlich wirklich gemacht? Weil nach einem Abbauschiff sieht das nämlich nicht aus, Leute Der Kopf ist einfach komplett weggeplatzt, der existiert nicht mehr mehr so ein bisschen Ich habe da auch viel geleistet Das ist auch nicht aufmerksam So, wie ich irgendwo den Kopf bin Ich hab da auch geplant Oh mein Gott Aber dann habe ich noch gar nicht Ich würde sagen, das Baby ist ein bisschen sehr weit vorne. Sachen gibt's. Ah, das ist ein Aufzug. Ah, ist das wie wir aus den Typen gekriegt haben oder das ist ein anderes? Die Babys halten ganz schön was aus. Ich denke, es ist einfach alles irgendwie zur Mutation zu bringen, was auch immer sie da gefunden haben. Ein bisschen komisch, aber gut. Was war aufgöttlich? Du sagst ja immer wieder. Ach gut, ich hab Engel nie gespielt. Ja, kann man sich auch Gedanken darüber machen, wie das wohl gemeint sein könnte. Aufgabe erfüllt. Okay, das Termin, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Schotpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre, da nehme ich was Großes. Ja, was Großes kommt. Na ja, gut, dass wir unsere dicke Kanone haben. Hier. Diesen kleinen Jungen hier. Das ist einmillimeter. Gut. Aber meistensjie. Das istashes, das ist. Das iststäblich. SpDrive. камas. Alter. das war mal eine frau oder redig mal als sich drehen ja das ding schien weiblich gewesen zu sein wenn ich mit den hüppeln danach gehe die drei munitionen zum teil für unsere dicke kanone ja aber der klein kann man eigentlich bei ihm muss ich sagen bis jetzt das ding ist es so bleiben muss okay landwerfer 11.000 wochen der für munition weiß ich nicht wie ihn haben das meine energie vielleicht nicht für plasmagata für impulsgewehr was verkaufen wertvolle elektrische komponente im shop verkaufen könnte ok alles klar oder 20 schuss muss ich gleich mal ausprobieren das ding die mietbombe benötigt die jetzt noch bauen oder was hier waren wir doch eben schon mich doch fälschigerweise zuerst hingelaufen weil ich natürlich mich ein scheiß für die linie interessiere nur wenn ich gar nicht weiß wo ich lang soll da müssen wir kurz rüber zur werkbank wir müssen jetzt mal hier hoch überhaupt schon lassen aufzug so keine lust heute ich möchte so nicht mit mir aufzug fahren da möchte ich heute nicht möchte ich möchte nicht möchte nicht schade ja wie aktiviert ist ein dummer aufzug es macht ja auch keinen sinn das macht ja auch keinen sinn ok wofür zeit für die göttliche eingebung ah deswegen gehörst du da rein alles klar der klassische fehler dieser viecher wir versuchen den jumpscare rein zu ziehen klassischer fehler der macht auch nur genau einmal oder bis dahin über ich da irgendwas machen ist einfach nur röntgenbilder dann werden wir von Munitionen alles klar aber wir können da gleich lang wir müssen jetzt ach so was ist eigentlich in diesem komischen Kasten drin da war ein Typ drin oder ein bild von dem kopf er speichern war noch mal vorher wenn sie wenn sie sich schon so anbietet dann kann man da auch mal speichern aber waren die södele alles kaputt schießen gegen diesmal kaputt hauen gegen diesmal nicht schießen gegen diesmal nicht kaputt geschossen werden in einem wakuum haben sie nur einen begrenzten sauerstoffvorrat verwenden sie luftkanister und luftstationen um ihre luftanzeige zu füllen oh geil ey das ist aber ein ordentlicher krater du ok ok oh geil da dreht sich einer im kreis hui ich will das geld haben oh du hast noch 30 sekunden luft schimmer deine base auf der ishimura kann man die schwerkraft lokal steuern ihre schwerkraft stiefel werden einspringen wenn sie einen schwerelosen bereich betreten schwerkraft deaktivieren hui ich will das wieder aktivieren ah moment kann ich da nicht aus der wand rumlaufen was ist das was ist das 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist das? die irgendwie schwerkraft stiefel deaktivieren oder so was optionen steuerung wegsteuerung das verstehe ich nicht ja 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 Okay. Oh, was ist das denn? Zieh dich halt da so hin. Ja, wie soll ich denn in der Wand laufen, du Spasti? Oh, das kann doch nicht... Ja. Oh man, mein... Ja, ich will einfach den scheiß Tooltip nochmal sehen. Ding kurz kaputt machen. Eintritt Vakuum. In einem Vakuum haben Sie nur einen Grenzen... Jaaaa... Nimm's mit. Mein Geld... Mein Geld... Zero-G-Sprung. Linke Maus, das soll Steuerung... ... ... ... ... ... ... Eh? Willst du bitte aus dem C-Menü wieder rausgehen? Hä? Willst du bitte aus dem C-Menü wieder rausgehen?